Okay, ähm, wie fang ich an? Hä? Mh, mein Soloalbum ist fertig. So könnte ich zum Beispiel anfangen. Ich hab jetzt ein Jahr daran gearbeitet, elf Songs zu machen, die ich immer noch nicht scheiße finde. Und es ist sogar das Gegenteil eingetreten. Ich bin tatsächlich sehr, sehr stolz auf diese elf Songs. Und auf das Album im Ganzen. Ähm, ich war in diesem Jahr in Hamburg. Ich war in Köln. Und natürlich in Berlin. Stimmt. Im Studio und hab dieses Album mit Leuten gemacht, die ich sehr schätze und die ich sehr mag. Äh, die letzten drei Monate habe ich damit verbracht, alles, was um dieses Album herum da sein muss, damit man es rausbringen kann, an einen Punkt zu bringen, wo es gut genug ist. Und wir sind immer noch in den letzten Zügen, aber das Wichtigste steht, elf Songs. Das Album heißt Ypsilon. Das ist das Cover. Und so wird's ungefähr klingen. Und es kommt am 18. Januar 2019. Am Freitag kommt der erste Song aus dem Album. Abendland wird er heißen. Es gibt ein Video dazu. Ich bin richtig gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Aber ihr könnt jetzt schon das Album vorbestellen. Ypsilon am 18. Januar 2019. Als CD, als Doppel-Vinyl und im Notfall-Kit. Ypsilon kommt auf unserem Label Normale Musik. Und Audio hat wieder dafür gesorgt, dass die Vinyl richtig, richtig schön geworden ist. Niemals Strips machen, nur Toys. Sheet Abdallah hat dafür gesorgt, dass das Artwork richtig, richtig schön geworden ist. Das klingt vielleicht ein bisschen pathetisch. Aber ganz ehrlich, wenn morgen alles vorbei ist, habe ich auf dem Album alles gesagt. Ypsilon am 18. Januar 2019. Freitag kommt der erste Song jetzt vorbestellen, bevor es zu spät ist.